Hey Freunde, Willkommen zurück zu Nier Otzometer. Hier ist der Phönix und wir machen weiter bei den jungen Göttern dieser kleinen Sekte. Oh, wie rennt man nochmal? Oh, diese Ungewöhnung der Steuerungen von den ganzen Spielen, ne? Das muss ich wieder dran denken, dass ich mit, ähm, das ist die falsche Richtung. Aber ich dachte, da wären... Oh, ja, sag ich doch. Das ist ein Gegner, dem wir die Fresse polieren können. Ähm, ich muss schon denken, wenn ich Plattform spiele, wieder die Steuerung im Kopf umzustellen. James. So, den töten wir noch und dann geben wir weiter. Au, au. Okay, tschüss. Hehehehe. Verbeulte Platte, juhu. Okay, Level 27 sind wir schon. Ui. Nein. Da... Nein, du... Stück. Okay. Und weiter geht's. Ja, ich dachte, das tut schaden. Mein Deutschsein heute wieder prächtig. What's up? Fuck. Äh, okay, ich glaube, den müssen wir mit Fernkampf beikommen. Wie ist der scheiß Fernkampf? Nein, ich will einfach schießen. Hä? Achso, ich hab den... Hab ich den falschen Pott? Fuck. Irgendwas mach ich falsch. Wo schieß ich denn? Das ist doch auf L1 eigentlich, oder nicht? Ah, ich glaube, ich hab die Raketen aktiviert bei, ähm... ...bei dem anderen Pott. Moment. Pottprogramm. Hier. Moment. Pott, ah. Laser. Oh, fuck. Einfach die andere, ähm... R1. Einfach die R1-Taste. So. Okay. Oh, da oben könnte was versteckt sein. Äh, um zu gewährleisten, dass, äh, jetzt die Let's Plays keinen Abbruch mehr bekommen, werde ich nach dem Nia-Let's Play so weitermachen, dass ich, ähm... ...nur noch ein Let's Play gleichzeitig mache. Also jetzt hab ich ja momentan Bloodborne und Let's Play. Äh, Bloodborne und Let's Play. Hey, 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 ähm... Bloodborne und Nia... Jetzt hätt ich fast Nio gesagt. Was? Was machen die für Schaden? Juhu. Okay. Das war ein dummer Tod. Ähm... Ja, jetzt mach ich halt momentan Bloodborne und Nia zusammen. Und dann wird's halt nach Nia oder Bloodborne, je nachdem welches zuerst endet. In Bloodborne sind wir ziemlich flott durch. Äh, deswegen wäre das noch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber je nachdem welches zuerst endet, äh... Wird halt nicht anschließend direkt nochmal ein neues gemacht. Sondern erst mal das eine zu Ende. Und nachdem das eine zu Ende ist, wird dann vielleicht ein... Ja, was heißt vielleicht? Wird ein anderes angefangen. Ach, scheiße, wir haben die scheiß Plug-in-Chips verloren. Ja, ich weiß. Ich wollte nicht mit dir sprechen. Ja, ja, wie war das bla? Ach, fuck! Boah, wenn ich die verliere, ne? Dann bin ich deprimiert. Nein! Keiner wird zum Gott. Ah, ohne mich. Die sehr einfach ihren Spruch passend zur Musik sagen, ne? Ach. Mein Gott. Äh, bitte nicht falsch verstehen, Jungs. Ihr wart nicht damit gemeint. Okay. Wo sind meine Plug-in-Chips? Wird die ganz zurück. Das ist nicht mein Körper. Uäh. Ja, ja. Au. Weiter, bitte. Wo ist mein fucking Körper? Ich will mein Körper zurück. Oh. Oh, ich hasse so Rolldinger. Waren wir schon bald? Als wir starben. Ich will mein Körper zurück. Oh, Leute. Oh, ohne gehen wir hier nicht weiter, ne? Oh, ist das eine... Cockroach. Wo ist mein Körper? Sag jetzt bitte nicht, der ist verloren. Gegen der Oberkörper? Herr Marsch! Ich will mein Körper zurück. Oh Gott, komm hier unendlich. So. Oh, Plug-in-Chip. Weh. So. Wo liegen hier überall Körper? Oh, hier liegen ganz viele Leichen. Wer könnte... Stimmt auch meine dabei sein. Yes. Ja, bitte. So. Aber das ist ja nett. Dass sie es dann noch dahin gemacht haben. So. Jetzt können wir weiter. Ja, komm. Okay. Na, was gibt's hier noch so? Nix. Alles klar. Ah, Kiste! Ach, die haben wir schon geöffnet. Okay. Ach, easy. Wow. Hier könnten wir sowieso nix. Also versucht sie erst gar nicht. Waffenangriff plus. Bämms. Einsammeln bitte. Waffenangriff plus. Ja, okay. So, gibt's noch ein Gegner? Wer bist du? Das hast du gut erkannt, mein Freund. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch. Au. What the fuck? Hätte er nicht sterben müssen vorher? Ach, wir müssen genau diesen kleinen Krug treffen, den sie da halten. Okay. So, dürfte machbar sein, ne? Oh, was haben wir denn? Ah, wir hätten runtergehen müssen. Kann nicht immer funktionieren. Irr ich mich oder ist die Musik ver... Nein! Oh mein Gott, wir leben noch. Naja. Moment. Geht's hier raus? Ach, Tatsache. Auf den Maschinen. Okay. So, zack. Ne. Ach, da hab ich keine Lust drauf jetzt. Geh weg! Nein! Oh, die Quittung folgt so gleich. Jetzt können wir den ganzen scheiß Weg wieder hochregen. Das war ja nicht so weit. Wey. Also war oben lang doch richtig. Okay. Ah Gott. Wo ist er? Waaah! Du solltest... Are you fucking kidding me? Bis gleich, Leute. So, Freunde. Ist wieder soweit. So, für dich beten wir nochmal. Ja, zack. Ach, fuck. Nein, ich wollte nicht für dich beten. Nein! Ja, der hat nämlich beschissene Plug-in-Chips. Ich hatte gerade eben Plug-in-Chips. Da war ein LP plus 7 dabei. Und das war krass, Leute. Ja, und das ist leider jetzt weg durch das Neu-Aufgehobene. Das ist schade. Oh, vier. Oh, vier. Ja, vor allem... Oh. Die dann einfach da runterfällt, ne? Oh, ist das eine... Ne, ich will nicht nochmal unter die Scheiß-Maschinen geraten. Aber wir laufen jetzt einfach da durch. Ne. Das macht so keinen Spaß. Irre ich mich, oder ist die Musik wahnsinnig laut? Moment. Äh, Systemeinstellungen, Sound. Ja, das dürfte okay sein. So. Ja. Okay, die Stimmen sind laut. Das finde ich gut. Boah. Ich mag die Stelle nicht wirklich. Was? Was? Oh, spring doch. Ne. Oh, Leute. Ne. Ich verstehe nicht, warum ich hier so Probleme habe. Los, love to be. So, jetzt funktioniert's. Mit Ansage. Mein Gott, nochmal. Zack. Eins. Zwei. Boah. Das springt doch. Ohne Witz. Wenn ihr diesen, äh, Move macht, wo die, ähm, Ausweicht. Kann sie leider nicht mittendrin springen. Dann ist sie erstmal da drin gefangen. Und dann reicht's nicht mehr, um hochzukommen. Ah, das ist ätzend. Ja, ich bin so schlecht. Das hier ist peinlich. Das ist, das ist echt peinlich. Also, ich mein. Äh, nee. Nee. So. Konzentration. Nicht reden. Einfach springen über die Scheißstelle. Ohne Witz. Sowas hatte ich noch nie. Sowas hatte ich noch nie. So, zack. Wir machen jetzt überall eine kleine Zwischenlandung. Wunderschön to be. Are you fucking kidding me? Are you fucking... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh mein Gott, ich bin drüben. Das ist ein Versuch. Leute, ein Versuch. Das ist ein Witz. Motorklinge, interessant. Ah. Ah. Das war definitiv nicht meine Best. Are you fucking kidding me? Pack die Scheiße weg. Boah. Was? Was ist das für eine beschissene Stelle? God. Immer diese scheiß religiösen Fanatiker. Oh. So, wad nu. Sag bloß, hier musste ich nicht hin. Ist das ein Witz, oder? Bin ich nur für Truhen hier? Das ist ein Scheißwitz, oder? Ach, ihr seid doch scheiße. Hätte ich jetzt echt da runter gemusst? Den Weg eben. Leute, wenn ich hier nochmal lang muss, dann... Da gibt's Tote. Wow. Noch einen. Na komm. Jetzt. Okay. Dann nehmen wir halt den anderen Weg, verdammt nochmal. Ja. Nein, er hat gesagt, immer geradeaus. Was ist hier geradeaus? Ja, hier unten geht's definitiv nicht weiter. Lustig. Also waren wir doch auch richtig... Oh, hier geht mir noch den Sack. Friff Kugeln, du auf den Scheiße. Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Gab's irgendeinen Weg, den ich übersehen hab? Pick a mask, guys. Da oben lang, oder wie? Muss ich da oben rein, oder was? Geht nicht. Gebt mir ein Zeichen. Oh, wow. Warte, wie bin ich hier hintergekommen? Ach! Okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ah, das heißt, ich hätt den scheiß Weg eben nicht nehmen müssen. So viel dazu. Oh, fickt euch! Du auch. Nö. Nö. Oh. Oh mein Gott, ich hab... ...glaube ich... ...mein... ...Fucking-ass-Level gefunden! Lass mich jetzt durch hier, Mann! Boah! Hahaha! Macht Spaß! Die Tür ist örtet. Keep moving! Achso. Okay. Ist mir egal, weil es jetzt hier liegt. Ich will hier raus. Mein Gott. Oh Gott. Bitte bringe sie wieder zur Besinnung. Aha. Aha. Sagt dazu gar nichts mehr. Scheiß Teile da. Boah. Naja, gut. Machen wir weiter. Aber stimmt nicht der letzte Bullshit. Nö. Okay, das hier ist ziemlich cool. Ich bin auch aufgewichen. Nö. So. Ja, ich hab... Lass das! Das ist unhöflich. Nö. Ja! Ich hab gerade in die Garnade gestorben. Bitte. Ich will nicht nochmal da durch. Oh Gott. Ich darf nicht sterben. Das könnte echt bitter werden. Wo geht's raus? Ah. Schön. Eveless. Uah. Ah. Ah, das ist ja nett, dass hier Rauchschwaben sind, die mir den Sicht versperren. Das ist wirklich nett. Das Spiel ist momentan sehr zuvorkommend. Oh Leute. Okay, ich muss nur das Timing abhacken. Ah. Oh, danke. Nö. Ne, das mach ich jetzt nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich hasse sowas. Oh mein Gott. Lass die Armen. In Ruhe. Oh, ich kann die gleichzeitig mit zerstören. Ey. Bro. Oh nein, nein. Oh. Oh. Naja, was soll's. Lass die Ruhe. Nein. Hör doch auf, die andere dann anzugreifen. So. Vielen Dank, bitte nimm dies. Gerne doch. Große Erholung und tausend viel. Danke für deine Hilfe. Oh wow. Hättest du jetzt bei jedem, den ich gerettet hab, das bekommen? Oh. Geil. Okay. Was haben wir hier? Mittlere Erholung. Wundervoll. So. Kristall. Ey, ey, haas. Wahrscheinlich über die Leichen, oder? Ne. Ja, die Tür ist da, aber die ist zu. Die kann man... Ah. Nein, S-Zeichen, ne? Hier kommt nur nein, S durch. Okay. Ach, da ist noch ne Tür. Ah, ich bin so ein Idiot. Viva da ist Gott. Oder become ass God. Wie auch immer. Verdammt. Wow. Jetzt geht er durch. Ach, scheiß drauf. Ist mir egal. Ach so, dich könnte ich jetzt auch retten. Oh. Leute. Uncool. Da oben ist noch ne Truhe. Das hab ich genau gesehen. Was zur... Was bist du? Verdiente Erfahrung plus erhalten. Okay. Ah. Wie komm ich denn da ran? Wie soll das funktionieren? Boah, geh weg. Ach so, da liegt... Da ist ein Weg. Okay. Ist mir egal. So. Wie käme ich da durch? Ich meine, ich kann die... äh... Treppe ja schlecht da runterhauen, oder so. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Na, nochmal springen konnte ich auch nicht. Ey, Moment mal. Ne, dahinter gehen bringt mir auch nichts. Okay. Aber vielleicht da oben hin. Tja. Weiß es, ne? Ach. Es sind... Ah, Mann, ich muss die mitholen. Okay, kann ich jetzt hier hinter irgendwie? Ne. Ja, dann nicht. Ah, das ist jetzt die fucking 2D-Perspektive, ne? Ansonsten kennen wir da dran. Gut, aber auch Zeit. Oh. Äh. Wie, sonst? Such dir eine Frau. Eine schöne Robofrau. Zeugt ein paar Robokinder. Und alles wird wieder gut. Ne, nix schnell reisen. Oder schnell speichern. Raus hier, bitte. Einfach nur noch raus hier. Hau rauf! Danke. So. Was hast du denn zu sagen? Ich verlasse mich auf euch. Das ist wunderschön. Das ist ein großer Fehler. Jo. Hat er wohl. Armes Maschinenchen. Oh Kai! Das sieht aus wie ein Kampfplatz. Ja, das ist ein Kampfplatz. Ich hätte schnell speichern sollen. Egal, das krieg ich erst mal nicht mehr auf den Kopf, ne? Egal, das krieg ich erst mal nicht mehr auf den Kopf, ne? Das hier in die Dauer schicken, oder? Ich habe es. Ich habe ein Augenblick auf dich. Ich werde jetzt die Kraftstoffe in der Factory verletzen. Mach's! Das Factory-System mit 80% Kontrolle. Wow. Häng in da, zu mir. Au. Ja! Wie viel Schaden machst du denn? 90%. 92. 95. 98. Ja, komm, sag 100. 2B. Ich habe gerade die elektrische Grille verletzt. Die Schilder des Aktiviertes. Wundervoll. Es ist dunkel. Hat es gerade... What the fuck? Ja. Egal, das dürfte machbar sein. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Immer schön aufs Auge. Oh, hinten hat es jetzt einen Schwanz. Egal. Brauchen wir nicht. Wow. Bleib in der Luft, 2B. Bleib einfach in der Luft. Au. In der Luft. Wow. They see me rolling. Okay. Wow. What the fuck? Ja. Wo bist du? Ist mir wurscht. Ich kill dich trotzdem. Das sieht cool aus. Okay. Geht's irgendwas zum Aufheben? BKM-S-Guard. Scheinbar nicht. Schade. Oh, man kommt da drauf. Das ist aber nichts besonderes. Okay. Wo müssen wir lang? Ach, andere Richtung. Das war easy. Der Boss war um einiges einfacher als der, äh, der, 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 der Weg hier hin, oder? Meint ihr nicht? Ja. War er. War er doch. Und wieder in den Aufzug. Boah, Leute, in so einer Welt würde ich nicht in die Aufzüge steigen, ne? Ohne Witz. Das ist doch ekelhaft. Als ob ich den Dingern hier trauen würde. Vor allem, weil's fucking Maschinen sind. Wenn die sich einhacken und dann einmal hier Komprimierung, ne? Und dann, puff, der ganze Aufzug zieht sich zusammen. Und dann, äh... Buh-bye, Zubi. Buh-bye. Ekelhaft. Lass mich hier raus. Ah, springen. Okay. Ah, ich hab mir schon gedacht, dass, äh, Tapsat-Nasen von euch kommt. Nur leider habt ihr nix drauf, da? Ja, ja, komm her. Nein. Oh, Pascal. Mach dich nützlich. Entweder du campst mit oder du, äh, verschwindest. Anteilnahmslosigkeit, äh, gibt's hier nicht. Ah. Was war's mit deinem Schild? Au. Wie kam er es, Gott? Tschüss. Neue Stufe? Yes. So, aus dem Weg. Verdammten Maschinen. Langsam kann ich den Hass. Oh nein, mein Controller ist leer. Okay. Easy. Langsam kann ich den Hass verstehen. Ah, beautiful. What, äh, ach so. Pkms, Gertz. Fucking Maschinen. Nichts wie weg hier. Ah, das sieht schon besser aus. Ist es noch weit? Ich will nicht mehr laufen. Ich will in mein Bett. Und Fernsehen. Und faul... Ah, Moment. Und faulenzen. Bye. Bye. Na. Du sollst runterspringen. Dumpfnudel. Okay, komm her. Lauf, lauf, lauf. Nope. Aus dem Weg. Ah, ein Schlachtfest. Hahaha. Was gibt das Schöneres? Und da darf man sich auch noch gut fühlen, wenn man das alles tötet. Denn es sind nur Maschinen. Na gut, sie weinen mittlerweile und haben Mütter und was... Äh, lieben sich. Also wollen ihre Liebe zumindest ausleben. Das ist aber schon interessant, ne? Dass einer der ersten menschlichen Züge, die die an den Tag gelegt haben, vögeln war. Hahaha. Auch nicht schlecht. So. Nö. Ich möchte bitte dieses Gebiet verlassen. Oh nein. Ich mag es nicht, wenn es wieder dunkel wird. Aus dem Weg. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann kommen wir aus dem Tone. Hoffentlich. Na komm schon. Ich schieße uns einfach den kompletten Weg frei. What the fuck? Oh mein Gott. Sei dir wahnsinnig. Nee, die sind doch schon tot. Nö. Das akzeptiere ich nicht. Oh man, das dauert. So, putz. Mann, potz. Zieh mal ordentlich. Na, geht doch. Manuelles Zielen ist das Beste. So, tschüss ihr wahnsinnigen. Möchte keine Psychopathen hier haben. Fick dich. Ach komm, lassen wir die Scheiße. Dann sterb doch alle. Ja. War mir unsympathisch. Einmal diese wahnsinnigen Fanatiker. What the fuck? Ja, das nimmt mir zumindest die Arbeit. Sprengt, meine Freunde. Der springt. Wenn doch alle Spinner so freundlich wären. In die Lava zu springen. Ja, sie haben jetzt schon mehr drauf als Frodo. Ja, ja. Sterbt. Werdet Götter. Wenn dann alle, hä? Hier bleibt kein Mann zurück. Oh, fucking nein, er ist truhen. Hallo? Hallo? Hallo Toad. Mäuse Toad. Och, endlich. Endlich. Okay. Ist das nicht interessant? Das war aber eine lange Pause, zu sprechen to be. Ist das nicht interessant. Sobald die Maschine ihren freien Willen bekommt, zumindest um 50%, glauben sie an Gott. Sie. Ich wette der Punkt, zu dem wir uns teleportieren könnten, ist nicht zur Verfügung gerade. Ich muss das, was ich hatte.